Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal wieder die neuen Ford Bytes, die wir jetzt wieder rausgekommen sind und ja, heute im Video zeige ich euch wie schon im Titel die Nummer 32 und hier die Nummer wo ist sie? 77 und zwar fangen wir jetzt mal bei 77 an, das ist nämlich zu finden in einem Taco Imbiss nahe einem, nahe einer Gleis und die 32 ist zugänglich mit dem Gefährten Kyo am nördlichsten Punkt ganz einfach, ich werde die beiden Aufgaben in einer Runde machen heißt, wir müssten jetzt erstmal hier den Kyo ist natürlich ein Haustier müsst ihr hier einmal anziehen ist auch nicht mein Lieblingsrückner, aber müssen wir halt für die müssen wir kurz für die Aufgabe machen und ja so, der nördlichste Punkt auf der Karte, den habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt ist hier ganz oben und zwar hier wie sieht man das Vorbeil auch schon, da wird es nicht stehen zugänglich mit dem ja, mit dem Gefährten Kyo oder Kyo, oder wie auch immer man ihn ausspricht ähm, ja ich weiß nicht, warum es immer noch gesperrt ist es kann sein, das ist das Fall ja die neue Aufgabe, das ist also nicht, wie es funktioniert direkt aber egal, auf jeden Fall hier findet ihr das die Nummer 32 und ja, müsst ihr den Kyo drauf nehmen, das ist doch der Kyo anscheinend das ist jetzt hier irgendwie ein Bug und ja jetzt zeige ich euch schon kurz, wo die andere Nummer ist so, und das zweite Teil beziehungsweise das zweite Puzzleteil, das ich euch in diesem Video zeigen werde, um die Nummer 77 zu finden in einem Taco Imbiss nahe einem Gleis und das ist ganz einfach hier jeder kennt den Ort auf der Rennstrecke und ja, das war's noch mit dem Video wenn euch sowas gefallen hat und ihr mehr von den Fortbytes sehen werdet, ich werde alle hochladen nicht direkt meistens an den Tagen, wo sie rauskommen aber ich werde auch hier für alle hochladen und ja, wartet mit dem Video haut rein und schau 79 ähm, ist ganz einfach hier unten müsste 79 sein und zwar, er hat es auch schon eingesammelt hier ist es, wir müssen nämlich bei J3 gucken und hier ist J und hier ist das dritte Feld und ja, dann ist auf jeden Fall hier das Fortbyte einfach einsammeln dann habt ihr auf jeden Fall die Aufgabe und ja 79 ist auf jeden Fall hier drinnen bei der Spielhalle ist auf jeden Fall hier ja, zu finden in einer Spielhalle können wir jetzt auch einsammeln und ja und Nummer 50 ist hier oben auf Haunted Hills und ja, dann müsst ihr einfach hier runter reingehen hier, wenn ihr unten drin seid einfach nur noch nach links und dann seht ihr schon zugänglich nachts in in der Bugruinen auf einem Berg und ja das haben wir auf jeden Fall auch ein was wir mit dem Video wenn ihr keine Fortbyte mehr verpassen wollt könnt ihr gerne abonnieren dann würde ich sagen haut rein und ciao